Hallo und herzlich willkommen, es war heute eine Folge mit einem kleinen Killerzipper und Leute, heute mal was, ganz jeder mal was anderes. Heute bin ich im Knast mit einem Kollegen von mir, mit dem Greeny. Kannst mal hallo sagen, du komischer? Hallo, hallo, hallo. Wir müssen mal schauen, ob wir hier schon ausbrechen können. Also gucken wir mal, was das für ein Blödsinn ist. Schauen wir mal, ob ich gleich finde, mein Bruder. Solange bin ich zu weit bückenlos für die Seife, oder was sagst du, Greeny? Bückst du dich gern für die Seife? Ja, immer, immer. Ich hab Spezialceife. Oh je, hoffentlich rufst du nicht aus beim Gehen. Der zu viel Wiss macht auch Kopfweh. Ey, der Bulle kickt mich weg, der Arsch. Der Popo meine, sorry. Ich stoß mich alle weg, was holt ich von mir? Ja, ja, jetzt wird's mal von hinten kontrolliert. Glaub ich. Alter Schwede. So genau will ich's nicht wissen. Knackatei! Oh mein Gott! Alle unter 18 bitte wegschauen. Oh je, hoffentlich kommt er nicht sich der Arschbackel. Sonst pfeift's eventuell. Ich muss mich erst mal hinsetzen, auf den Schreck. Das glaub ich dir. Er kommt doch nicht zu schlitzeln. Ja. Aber es gefällt mir, glaub ich. Schau, ich bleib ganz rückstehen. Ui, 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 ui. Hoffentlich dein Penis-Pipi. Oh mein Gott! Ich bin erblendet. Nicht nur du. Der ist noch der 80er, der hat noch Haare am Sack. Ja. Oh mein Gott, Leute. Heute tun wir euch was an. Da ist hier der Zombie-Game besser als sowas zum Sehen. Muss ich noch nachts spazieren gehen? Oh mein Gott. Hoffentlich haben die keine blöden Gedanken. Oh je. Oh je. Help! Nein, das ist sicher der Direktor. Der wird sicher Gruppenporna-Sex haben. Ist ein Gefängnis, oh huhu. Oh oh. Gott sei Dank von vorn, nichts von hinten. Der schnappt. Any other questions? Good. Welcome to your new home. Welcome to home. Okay. Go, 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 go. Du siehst mich sicher gleich von oben, oder? Nein, noch nicht. Ich bin doch nicht so weit weg von dir. Oh je. Wo kommst du eigentlich du da her? Aus Nasenhausen? Mit deiner Nase? Alter Schwede. Ja, ich hänge die Garnen in andere Sachen rein. Fetten Riechtkorn, was du da hast. Ja, ich darf da nicht hoch. Was ist denn jetzt? Hallo. Noch eine Höhe. Noch eine Höhe, meine ich. Noch eine Höhe. Habe ich hier ein? Verdammt, ich bin nackt. Kann man da nichts sensieren? Das gibt's ja nicht. Ah, da hinten bist du langgelaufen. Ich hab dich fast gesehen. Ja. Jetzt muss ich mich anziehen. Endlich. Muss ich mir meinen Tödel da zeigen, hey. Was ist mit ihm los? Yoga-Abteilung oder wie? Ich setze mich mal hin. Du hast ja nicht. Aber was ist gut, ist, ich hab's keine Klob im Mange. Okay. Du willst, du willst, wie ich dir zeigen will? Na, nicht mein Ding. Gut Glück mit dir Frieden in dir. Also, ich könnte... Ich könnte gut... ...Töfels austreiben. Ich hab' ein Kruzifix in der Hand. Der wollt was von dir. Let's go. Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Ich war grad zu dir. Ja, die glaub ich zwei zählen weit oder so. Ich bin zähl 48. Ja. Ich auch gegen sowas. Wird geladen. Okay, sind wir im Hof. Pulcara ist so schön beten, hat er die komische Bibel in der Hand, das Kruzifix? Nee. Was? Ja? Ach, weh. Alter, du schaust aus, das ist ja echt... Hübscher, so Horrorfilm. Diese Bilder im Kopf. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Aber... Ist das alles die Equipment, die du hast? Ist das alles die Equipment, die du brauchst? Ja. Ich kann aufstehen. Ah, die Oberheroes sind hier bei mir. Alter, geh will trainieren, nicht da sitzen und blöd Nasen bohren. Ich kann aufstehen. Aber danke für die Show. Sicher, du wirst. Mach es. Wie viele schaffst du? Und wie viele schaffst du? Ach, jetzt ist die Platze voll. Ich bin aufstehen. Ich bin aufstehen. Einer noch! Einer noch! Einer noch! Einer noch! 14! Müssen wir an Marco schreiben Dann mach ich 100 15! 16! Ah! Halt ihm denn schon der Finger weh! 20 ist reist 20 Da bin ich aber noch weit davon entfernt 18! Ey! Komm! Mit der Finger weh! 19! Einer noch! Komm! Einer schaffen wir noch! Einer schaffen wir noch! Einer noch! Komm! Einer noch! Komm! Komm! Jawohl! Alter Schwede! Ist anstrengend, dass ihm real ist? 1 2 3 4 5 6 7 Leute, probieren wir mal das Game! Das ist echt! Wahnsinn! Das geht rein in die Hände! Und die Finger! Komm! 10 reichen auch! So! Jetzt machen wir noch 10 Situps! Äh! Was machen die hier? Was machen die hier? Woah! Was ist hier passiert? Er ist ein Chiropractor! Er wird meinen Nacken fixieren! Chiro... Mach mal Push-Ups! Mach ich! Hat das schon ein Problem? Wie ist das? Ja, Mann! Ist echt echt der einzigartige O zu fünf Er approaches Tag! Ist jedes Mal ein bisschen So sieht gut aus. Ja, purch isolated nicht unbedingt! Eins sieht aus wie er wenn wenn er etwas anderes lässt tipo läuft! Waa 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 da geht es nicht mal schön Ich wollte dich töten, und ich mag dich nicht wirklich, also für mich ist es eine Win-Win-Situation. So ein Mimmi mit der Greenie, Leute, jetzt muss ich ihm noch helfen, das ist eine Katastrophe mit ihm. Jetzt geht's ab! MEC, was soll das heißen? Wink am Ausfasser. Was ist los mit dir? Jawohl! Kämpf jetzt hier oder du? Das bin ich. Ok. Das bist du. Check. Hoin, schlag ihn, gib ihm Tiernamen! Dreckiger Mehlwurm! Ja, mehr! Gib ihm, mehr! Oh je, jetzt kommt die Schandermatzei-Pollerie. Ich hab mir gar nichts gemacht. Eklat, das Schwarze gibt es wieder Befehle. Ja, ja, ja. Stay the hell away from me, ok? So mein Lieben, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Game, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben oder so. Ich würde mich echt freuen, auch für jeden, wie sagt man so schön, für jedes Abo, etc. und Co. Also euer Zippo, bis zum nächsten Mal. Peace, haut rein! Bis zum nächsten Mal. Schuss! Und dann retourbeke jetzt. Vielen Dank.